Guten Morgen, meine lieben Hubbelhubs. Na aber, hallo! Habt ihr gut geschlafen? Ja, ja, ja. Schnurrkiputz, die Mama ist da. Hi. Und wie ihr sehen könnt, sie wird immer lockerer. Und die Welpen werden immer größer und aktiver. Wie sie alle rumhuggeln. Was für einen großen Hunger sie haben. Aber dafür wachsen sie auch täglich. Sie kriegen Spezialfutter. Also die Mutter. Was geht denn über die Milch an die Welpen. Guck mal. Die Mama. Jetzt will die Mama nicht mehr. Jetzt hat die Mama die Nase voll. Hallo Hubbel. Hallo. Hallo Hubbel. Schnurrkiputz. Die Hubbels. Die großen Hubbels. Heuer. Ja. Grobbenhubbeln. Bildiilit. Ja. Rumgeknuddelt. Rumgehobbelt. Schöner blöb blöb. So. Na? Deine Babys, ne, Lizzie? Deine Rumhubelbabys. So, go. Tidilet. Dерьget. Walauw. Walauw. ohne Probe Mann hat eine kleine da erforschte mich wieder Du hast mich sehr lieb, ne? Du hast mich sehr lieb, ne? Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast mich sehr lieb. Ich hab dich auch sehr lieb. Du warst schon immer mein Süßes, ja? Du warst schon immer mein Süßes, ja? Und du bist auch so ein ganz süßer. Mit dem Zickenbart, mit dem Zickenbart. Mit dem Zickenbart, zick, 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 zick. Uiuiui. Uiui. warte mal wiii die kleinen hobbels wiii ja die Lisi ja was die kleinen Babys machen ja hier rumhubeln hier rumhubbeln und schnubbeln und in Schuhen rumkläppeln überall rumknabbern ja das waren wir wieder klar mich erforschen was ist denn das hmm aha ok dann weiß ich ja Bescheid wiii kann man rüberlaufen guck guck uiuiuiui guck 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 gu alles so interessant hier was der hier alles macht was ist denn das was ist denn das das ist alles so interessant und das riecht so schön ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020